Hey, too bad. Komm, lass uns mal einen Bogenfight machen. Klar, lass machen. Hier, nimm das. Lass uns hier kämpfen. Du stellst dich nach da drüben, ich bleib hier. Ah, okay. Ist du bereit? Ist los. Oh, oh, oh. Und, ah. Was passiert hier? Hä, Markus, was hast du getan? Oh, oh. Was ist das? Ich glaub, ich hab den Server getroffen. Oh nein, die Tür war offen. Ich hätt eine Idee, was wir machen können. Komm, folg mir. Ich hab eine Zeitmaschine gebaut. Hier runter. Oh, okay. Hier, setz dich. Und los. Ich hoffe, es klappt. Oh, oh, okay. Ich glaub, es hat funktioniert. Das sieht auf jeden Fall alles normal aus. Oh, halt, stopp, stopp, stopp. Siehst du das? Da vorne war ich aus der Vergangenheit. Lass uns schnell die Tür zu machen, aber lass dich nicht sehen. Okay. Pass auf. Oh mein Gott, ich glaub, wir kommen da. Lauf, lauf, lauf. Oh nein, weg hier. Puh, ich glaub, die haben uns nicht gesehen. Komm schnell zurück. Und jetzt wieder zurück in unsere Zeit. Oh mein Gott, das sieht wieder alles normal aus. Wieso fühl ich mich so komisch? Wieso bist du ich und warum bin ich du? Wart nur ab, wenn ich dich in die Finger bekomme. Nein, nein, lass mich in Ruhe.